Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 20. Januar 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1303, heute mit den folgenden Themen. ADP, Amazon, Twitter, Irland, EU-Parlament, E-Rezept, Piratenpartei und Geld. Und das erste heisst natürlich ADP, nämlich das verschlüsselte Backup von iCloud. Also Apples verschlüsseltes iCloud-Backup, welches ja in den Staaten schon mit 16.2 gestartet hat. Ich habe im Pogipsi.ch-Blog den Link dazu, findet ihr unter anderem auch in den Shownotes auf daily.geektalk.ch und oder im Podcatcher deines Vertrauens zum Nachlesen, Anklicken und Nachlesen. Ja, später oder Anfang dieses Jahres soll das Ganze ja bei uns kommen. Jetzt schaut es ganz so aus, dass mit iOS 16.3 sowie macOS 13.2 das Ganze global ausgerollt wird. Was heisst das? So wie es ausschaut, ist es nämlich schon nächste Woche soweit, dass das Update kommt. Das mit auch, von dem ich gestern davon hatte, mit der HomePod-Geschichte. Ich freue mich drauf und werde das auf jeden Fall aktivieren. Muss mir das ein bisschen genauer anschauen und freue mich, wie gesagt, darauf, das zu aktivieren können. Wer nicht weiss, um was es geht, wie gesagt, ihr findet einen Testbericht, äh, Testbericht, genau, einen Beschreibungsbericht, was das Ganze soll und was es dir bringt und worauf das du achten solltest, wenn du das machen möchtest. Du bist Amazon-Kunde und nutzt die Musikgeschichte von Amazon, also die Musik, das Musik-Abo, Music Unlimited zum Beispiel, das teuerste, dann darfst du dich auf teurere Preise einstellen. Amazon hat das seinen Kunden per E-Mail schon verlauten lassen. Was heisst das jetzt für all diejenigen, die Musik hören über Amazon Music Unlimited? 10 statt 11, oder umgekehrt, 11 statt 10 für normale Prime-Mitglieder. Der Studententarif geht von 5 auf 6 hoch und das Familien-Abo von 15 auf 17. Oder anders gesagt, das Jahres-Abo wird neu 170 Euro statt 150 Euro kosten. Ja, das geht hoch. Weshalb ist das so? Amazon hat mehr Mitarbeiter, die sich darum kümmern, die sind teuer. Amazon zahlt 10,6% mehr Lizenzierungskosten pro Kunde bei Prime Music und so weiter und so fort. Das schraubt natürlich dann die Spirale nach oben und der Endkunde hat das zu blechen. Weiter geht es bei Twitter, auch da wird geblecht, aber in die andere Richtung. Elon Musk räumt ja da fleissig auf, nicht nur mit den Mitarbeitern, auch mit dem Interieur. Ich mag mich erinnern, vor vielen, vielen, vielen Jahren, 2013, 2014 war das, glaube ich, als ich da mal in San Francisco war, wo ja Twitter zu Hause ist, ich konnte da leicht reinblicken und ja, da standen schon Dinge rum, die man nicht unbedingt so jedermanns Sache ist, also jedermanns Sache, weil es nicht dem Budget von jedermann entspricht. Twitter hat sehr, sehr hochpreisige Möbel, sehr hochpreisige Kaffeemaschinen und alles Mögliche. Tische, Schreibtische und auch sonstige Technik und die wird jetzt veräussert, um ein bisschen an Geld zu kommen. Wieso auch nicht, wenn man das Zeugs nicht braucht, raus mit dem Zeug. Ja, die irische Datenschutzbehörde hat sich jetzt gemeldet und gesagt, dass die Untersuchung gegenüber WhatsApp von einem deutschen oder einer deutschen Person, die im 2018 eine Beschwerde eingereicht hat, jetzt abgeklärt ist. Es ist so, WhatsApp hat gegen die DSGVO verstoßen, sie hat intransparent gehandelt und alles Mögliche. Das, was damals aber angekreidet wurde, was wir im Geek Talk auch immer wieder mal hatten, der Maik und ich, die Geschichte mit der Bedingung, die man erzwingt hatte von Seiten WhatsApp, ohne die man nicht weiter nutzen konnte. Das hat man nicht ganz so durchgelassen, aber ansonsten ging einiges in die Richtung. Irland meinte dann aber auch, man werde jetzt WhatsApp nicht noch mehr Geld fordern oder von WhatsApp nicht noch mehr Geld fordern. Schliesslich hat man schon 225 Millionen Euro für andere Dinge, die sie schiefgemacht haben, eingefordert. Ich finde, da hätte man noch ein bisschen einmal draufhauen können. Ja, Zuckerberg soll es merken. Das EU-Parlament wiederum will gegen Lootboxen vorgehen, vor allem die in Spielen. Da, wo man mit Micropayment irgendwelche Dinge mit nachkaufen muss und hin und her und eine richtige Teufelsküche kommt damit, dem will man einen Riegel vorschieben. Da ist die Branche, die Spielebranche, nicht ganz so einverstanden, weil sie denkt, dass die rigide Regelung von den Mikrotransaktionen die ganze Branche gefährden könnte und somit dann noch mehr die AAA-Geschichten sich mehr verkaufen als die kleineren. Wir werden sehen, wie das Ganze ausgeht. Das E-Rezept hat in Deutschland einen Meilenstein erreicht. Und das wird nicht nur die E-Rezept-Hersteller freuen, sondern wahrscheinlich auch meine Zurose-Aktie, denn die baut natürlich darauf. Mittlerweile am 19. Januar, also gestern von heute aus gesehen, hat man das erste Mal eine Million E-Rezept eingelöst. Das Ganze verteilt auf 4.400 Praxen und somit schon ein bisschen breit abgestützt. Jetzt will das Ganze man noch ein bisschen weiter vereinfachen mit den neuen Gesundheitskarten, die elektronisch sind und das Ganze noch einfacher gestaltet wird und eben auch über die Möglichkeit, die kostenlose App für Android und iPhone zu nutzen, womit man dann eben einfacher an das ganze neue Medikamentenzeug kommt, das man dann braucht. Ich bin sehr gespannt und hoffe natürlich unter anderem für meine Aktien von Zurose, dass das nach vorne geht. Es scheint, als hätten wir es geschafft in der Schweiz, den Ausweiszwang Nein, das Referendum zu ergreifen. Für all diejenigen, die nicht aus der Schweiz kommen, in der Schweiz hat man im letzten September ein Gesetz durchgewunken, das eigentlich, wenn man jetzt nicht ein Referendum ergriffen hätte, in Kraft hätte treten müssen, diesen Frühling. Um was geht es da genau? Da geht es darum, dass im Gesetz oder laut Gesetz Jugendliche und eben nicht nur Jugendliche, sondern auch Erwachsene sich für Dienste wie TikTok, WhatsApp und alles Mögliche verifizieren hätten müssen. Und das mit einem Pass oder Idee. Und die Firmen hätten dann auch weiter die Daten verwenden dürfen. Das verstösst gegen so viele geltende Gesetze und auch andere Geschichten, dass es eigentlich völlig hirnrissig ist, dass das irgendwie bei den Ständen und Nationalrat durchgegangen ist. Aber anscheinend hat da niemand wirklich aufgepasst. Und wie es ausschaut, ist das Referendum gelungen für die Deutschen und Österreichischen in der Schweiz, wenn so ein Gesetz in Kraft tritt, kann das Schweizer Volk, oder in Kraft getreten wird, kann das Schweizer Volk mit Hilfe eines Referendums, das sind 50.000 Unterschriften, dagegen einsprechen und dann wird vom Volk her abgestimmt über das Ganze. Das heisst, es dauert natürlich auch noch ein bisschen, das muss jetzt vorbereitet werden und so weiter. Aber ich denke, in den nächsten ein, zwei Jahren werden wir in die Richtung abstimmen dürfen. Und dann hoffe ich, wird das sowas von abgeschmettert. Und zu guter Letzt gibt es noch einen kleinen Hinweis auf einen Blogpost, auf einen Finanzblog zum Pogipsi Network. Da habe ich ein paar Tipps zusammengetippt zum Geldabheben im Inland mit Neobank-Konten. Ich hatte einen analogen schon über Geldabheben im Ausland mit eben genau diesen und dachte, da passt das genau noch dazu. Auch da, Link wie immer in den Shownotes. Das waren es, die heutigen Themen. Ich hoffe, ihr hattet eine super starke Woche. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.